diesen Server nicht Update bim bim auf 1.6.0 immerhin aber es lag jetzt bei mir extremer meine Frames stampfen sich jetzt zwischen 15 und 18 ein, na toll hat mich rausgehauen sich auch ne ich bin drauf kann sein dass er fool ist Layers 100 von 100, ja ist voll ja weil da jetzt alle sofort drauf gehen ja aber wir waren ja eben auch drauf und da waren total wenig eigentlich nur 38 waren da drauf wohin als sie gezockt hat das ist das hält sich nicht in der Waage momentan ist das auch scheißegal was da steht ob da ähm deutsch oder was weiß ich vorsteht ne wo hast du Löwenherz na hast du Löwenherz was für ein Löwenherz in Klammern GER Löwenherz äh nö ich hab nur so Flying Dutchman aber der ist voll gerade du hast einen einzigsten mhm er sagt aber ihm werden komischerweise nur zwischen 1 und 6 Server angezeigt was hast du denn ausgewählt schau offizielle Servers schau die zwei Haken die standardmäßig sind offizielle Servers sind gar keine online die sind auch online einmal hatte ich welche aber die waren beim nächsten mal sofort wieder weg wo und dann Löwenhaus ja dann soll ich jetzt gleich mal hinterher dann log ich hier auch raus ok geht nicht bleib erstmal da drauf rum vielleicht lehrt er sich ja gleich glaub ich nicht ach das kann man ja mit dem geringsten Ping ich bin gleich in der Nähe von diesen riesengroßen grün schimmenden Turm wie fett das bitte ist ja Kleta und Gaming was zu denen die Tüte 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 die als es laut also ich will das auf dem Leben Dingsbums irgendwas steht am Anfang äh in Klammern GER wieder und dann dahinter Play irgendwas musste mal schauen jetzt habe ich diesen Dextrax Gaming auch gerade bei mir oben aber der ist ja immer voll der ist vorher immer den Haken bei offizielles Server raus also ganz unten dein Haken ist draußen dann um die Zwerbisch drin ja unten ist klar weil wir wollen ja keine Passwort Server haben ja durchgehauslegt wenn man wirklich nur bei offiziellen Server ein Haken rein macht dann kriegt man offizielles Server und die sind PvP äh PvE Server judjudjudududududududu allersch explicit jetzt auf drei verschiedenen oder so ich bin auf gar keinen ڑ weil ich keine richtigen Server sozusagen bekommen krise spielt jetzt gleich echt bei diesem großen Turm wieder rausgeflogen weil du mich verarschen das problem hatten wir am anfang das hatten wir am anfang das problem keine ahnung krass macht er jetzt wieder ein update macht dann 31,4 megabyte großes update du mich verarschen ja auch mal gucken ob ich auch was mach wie geil ist das ich bin echt bei so einem turm wo wir uns auf der welt befinden ist scheißegal wir müssen uns langsam befinden das ist wichtig die welt ist nicht groß wenn man es mal so will da ist echt voll die technik und so wie geil ist das denn diesmal mache ich kein update und ich habe schon drei stunden gespielter spiel und auf ein neues wird der macht schon wieder ein update bei mir wo ist das jetzt ja auch ein vlp ich habe schon gesehen 31,4 mb war deins auch oder loro habe ich jetzt auch gemacht das update wir haben ja wirklich sekündlich gerade updates raus also wie gesagt wir können uns raussuchen entweder auf löwenherz oder auf playdown gaming haben wir noch ja oder bfs oder nicht bfs kommen ja draußen 100 leute drauf wie soll man denn auf diese plattform kommen das ist ein raumschiff ist das oder was soll das sein denn er zieh woher erkennst du dich aus dem erzgebirge gekommen ja gut ich weiß das kannst du nur deswegen auch kennen weil du ja herkommst das macht man spruch einer wie viele server du hast ich kriege immer nur ein ich kriege immer nur den unser flying dutchman server so bringt aber glaube ich nicht viel weil du musst hinten gucken was die daytime sagt alle die habe ich hinten 0 uhr stehen haben die funktionieren irgendwie nicht richtig anscheinend weil die stehen permanent auf 0 uhr ja 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 und dadurch wenn du rauf join willst kriegst du den fehler da kann ich hoch ja ich hätte zu gehen alter weil wir so nur ich habe mich auch mal den langen vorstellen ja das doch nur im server mit den namen new gefunden extrem hier muss doch musik aus den dass die musik ja nicht alles machen kannst die musik ist beim master volumen genau du musst master runterschrauben sfx ist der ingame sound haben die ein bisschen komisch gemacht aber jetzt bin ich gespannt was erwartet mich da oben auf dieser plattform warum kriege ich gerade nur den server mit den namen new rein macht deiner deine firewall meine firewall das kann sein dass die da was zwischen haut ja genau sollte mal den port freigeben ja ich bin oben auf einer plattform ich fasse es nicht zwei vier sechs sieben server na dann sag einen da steht nicht mal ob das deutsche sind oder nicht ich habe ja deutsche aber das problem ist die haben halt alle tageszeit 0 tribut terminal ich habe und die anderen zeigen alle eine zeit an der eine ist 4 von 100 50 von 70 31 von 72 von 70 und 10 von 100 ok da kannst du irgendwie die aktualisieren noch mal wenn du da bestimmte items rein tust kannst du bei diesem turm irgendetwas machen die sind alle voll krass wie geil ist bitte der scheiß hier wie geil sieht der fuck hier aus ich bin ich bin auch zu einer plattform sieht einfach nur geil aus gerade ich bin total geflasht ganz vergessen alle deutschen sind toll weil jetzt die deutschen alle spielen das ist jetzt ja auch die deutsche ist jetzt arbeiten 933 ich habe ja spätschicht ja gut stimmt auch trotzdem mal das ist jetzt scheißegal wir gehen jetzt auf irgendeinem das macht ja eh keinen unterschied weil um was willst du dich da hochleveln und dann fangen wir wieder auf einen neuen an dann musst du levelt sich wieder neu hoch wird eh so passieren weil bfs ist immer voll da kommst du nicht drauf das ganze vergessen deswegen ich bin echt gespannt wer es als erst hinbekommt eine server zu machen wir haben drei gut server einer wird es noch mal schaffen ja loch du ich ne ich habe ein schlechtes server gefunden ja aber du hast ein windows server ne ja und momentan funktioniert das nur auf windows server echt wird gesagt da haben echt schon welche reintiere deswegen bei mir wird das nicht so schnell funktionieren aber die haben schon bekannt gegeben sobald das für linux raus ist die server dateien werden die die online stellen aber ich glaube nicht dass mein server das halt schafft ne ja ja dann müsstest du den minecraft server runterfahren ja ja jetzt kriege ich wieder nur noch einen einzigen server guck mal wie viele bei romiert drauf sind vielleicht habe ich vielleicht fliegt mal einer runter oder so ich bin einfach mal auf join die ganze zeit bei romiert sind 103 leute von 100 drauf ich bin doch 101 da verbinden bei mir bringt das nicht mal was wenn ich auf verbinden klick und da tue ich noch nicht mal viel sechseln ne ich könnte noch viel schlimmer wenn ich das wollte viel viel schlimmer also nachmittags brauchst du das spiel gar nicht anzurühren hier weil das dann eh komplett alle server komplett voll sind heute nachmittag wird es noch schlimmer ja hab ich noch was neues getwittert oder so twitter 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 das finde ich auch gut dass das spiel offen bleibt auch wenn man auf den zweiten monik wird äh vor 43 minuten haben sie gesagt 1-6 develop it please reboot your steam client and get the new update oh ich bin drauf so das geile ist ich hab's jetzt verstanden mit diesem terminal hier am turm du kannst hier wenn du bestimmten items da rein tust das ist ein brut terminal du kannst hier richtig krasse äh 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 Dinosaurier spawnen lassen ähm und die haben sogar äh gesagt äh dass die Server-Owner Hilfe bekommen beim Erstellen des neuen Servers die Server-Owner Hilfe bekommen beim Erstellen des neuen Servers die sollen mir einen Root-Server schenken der hat das packt F*** you wo kommst du denn auf einmal her ja ich bin auf einer neuen Station dann lass mir zwei Deuker den durchsranden 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 kriegen das nie richtig gepackt linux läuft läuft einfach besser wenn du die selben du angst sachen ich krieg natürlich gerade gar kein server wieder rein die hat ja kein norm über kopf immer stehen okay ich guck mal bei logo welchen server er jetzt ist noros server antwortet nicht wie perfekt perfekt nur du bist auf habe ich mir alles überlegt eine frau zu machen aber noch nicht aber bald bald dann lass ich gleich mal anschauen hast du gesehen was da einer im check geschrieben hat was denn wenn wer loro trifft einfach töten loro du bist auf bs gaming der logo trifft einfach töten wer hat da jemand geschrieben warte mal ich muss jetzt erst mal ganz kurz options den chat wieder einschalten den chat kannst du glaube ich auch kannst auch reingehen und dann siehst du das alles ja logo trifft einfach töten jetzt wird logo schon sorry ich bin ich bin gerade im ts ich habe ich gerade leider nicht verstanden was hast du gerade gesagt äh ne den hatte ich nicht im inventar aber den haben wir auch vorhin mal gefunden und den konnten wir auch nicht benutzen also zwei leute von uns hatten den halt auch gefunden und ging nicht was denn so ein cowboyhut das ist krass dass wir einmal nicht wegschleißen da bringt nichts ja moment ich hatte aber eingefundenen auf einmal anziehen können deswegen bin ich ja so verdutzt weil man nicht mehr geht ne es war ein Mann doch nicht eine große liebe naja ich zieh mal weiter weil wir mal steine suchen und so und ja genau mit t wo bist du denn weißt du es ungefähr äh ich steck in der ecke fest ich bin glaube ich oben rechts in der ecke oben links in der ecke unten links oben links ja dann komme ich auf dich zu alles klar na wie wo kommst du denn auf mich zu welche Richtung denn ja ne ich komme von unten links 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 jo aber wie könnt ihr euch nach der Karte orientieren woher wisst ihr wo ihr seid da wo du frei machst dann weißt du ungefähr wo du bist ne ja und wenn du schon alles freigelegt hast und da oben ja dann haben wir ein Problem so wie ich halt heute ich warte gerade ob ich dass ich auf den Server raufkomme hast du den jetzt oder was im BF ich versuche über die Spielinfo von dir zu join guten Morgen ja und was ich halt wirklich gar nicht irgendwas ich hab nicht kapiert warum es in der fucking Steinzeit keine Steige gibt hä da kam der Kacke vom Himmel geflogen und da oben ist nichts ja Dino der vom Himmel geschissen hat da oben ist aber nichts oh Gott wie schnell es auf einmal dunkel wird ja ich hab noch nicht mal für den Stein der ganze Inventar ist wieder voll aber Steine habt ihr halt wieder mal zwei Spieler sind das Spiel wäre ein echt verarschen das Spiel wäre ein echt verarschen wenn das nochmal Spielst du das Spiel auch Hydra Entweder es gibt halt übelst viele Steine oder es gibt halt gar keine eins von beiden halt ne jetzt wird mir gleich wieder kalt ja ich hab dann eben was hier ist damit ich seh schon wieder den rötlich schimmernden Turm den seh ich jetzt wieder aber Logos beim Blau oder beim Blauen ich bin grad an den grünen bin ich vorbei aber ich hab doch noch was zum anziehen auch du bin ich doof jetzt haben wir alles nochmal neu geöffnet jetzt haben wir alles nochmal neu geöffnet was man hat hat man kannst du dein Rohr mir das geben wunderschönen guten Morgen Klang ziemlich deutsch hab es angespielt finde nur die Performance im Moment echt ne gleich hab ich leider nicht bin vorhin erst gestorben ich hab nicht mal einen Stein 107 Leute sollen bei euch auf dem Server sein die Performance das stimmt also momentan pendelt sich das bei mir jetzt bei 23 FPS ein obwohl ich halt nur auf Medium spiele da hat es schon recht oh timeout ok ach da hat jemand Link gepostet wie du hast nen timeout ja komm ey ja ist klar komm hier das ist mein Speer ne keine 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 Hilfe berg berg Entschuldigung ich bin halt noch ein bisschen ich hab zwei Dinos gekillzt zwei Dinofosauren ha 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 ähm die Performance ist auf jeden Fall viel besser geworden jetzt in der letzten Zeit muss ich sagen ich müsste es halt langsam mal versuchen hochzudrehen die Performance wird so ein hässliches Vieh das finde ich auch gut dass sie hinter der Qualität ungericht